nicht genug wut nicht genug wo nicht genug wo nicht genug wo immer gemeinsam rein da mache ich den heilschrei und dann geht das der geier ja ist abgestaubt sagt ja da kommt ja gleich wieder können wir noch mal machen aber hat nicht so tolle sachen aber gibt gut xp 3.000 da bin ich level 15 brauche ich denn 12 knapp ganz knapp 4000 bis 15 sind zwei gute questen der hätte ja auch durchaus mehr deutlich mehr xp gegeben wenn du den alleine legst der ist so krass übern level und und Ja, der kommt wohl nicht. Ich stehe die ganze Zeit, seitdem du getötet hast, neben dir, weil ich gewartet habe, dass ich wieder spawnen durfte. Naja. Da ist noch ein Wolf, den kann man mitnehmen, solange... Was? Brauchen er Wut? Ich kann das bei uns tun. Nicht genug Wut. Wut. Nicht genug Wut. Brauchen er Wut? Noch nicht bereit. Nicht genug Wut. Brauchen er Wut. Nicht genug Wut. Brauchen er Wut. Wie hat man bekommen? Benötig Kirschner 70. Der war hart. Aber man hat nicht viel XP bekommen. Kann ich sagen. Knapp 100, über 100 ein bisschen. Verbrecher? Ja, grün. Ja, jetzt erstmal heilen. Kannst du ja nachher Gabel der Naru machen, wenn es eng wird. Achso, ja. Der hat ja diesen High-Buff nicht. Ist kein allgemeiner Krieger-Buff. Nicht genug Wut. Brauchen er Wut. Dort. 127. Jupp. Lohnt sich echt nicht. Ja, ja. Aber zu zweit, ne? Ja, ja. Deswegen wollte ich den vorhin unbedingt... Deswegen wollte ich den vorhin unbedingt... Jupp. Jupp. Solo kriegen. Weil das gibt eigentlich recht viele Punkte. Aber die Gaia brauchen wir eh wegen dem Westfall-Eintopf. Oh, guck mal. Da ist so ein Elementar. Level 18. Werdbau. Nice. Nicht genug Wut. Man kann das noch nicht tun. Wo ist das noch nicht? Wo ist das noch nicht? Das ist ja gleich 2, eh, wo ich... Werdbau! Werdau! 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 Brauchen er Wut. Ha! Nicht genug Wut. kommen den ehemaligen Ich bin da noch... voll ich sterbe. Nee, das schaffe ich nicht. Zack. Das war jetzt aber Feuer, Mannach. Da. Vielleicht sprich du, Mannach. Der Todesacker. Naja, immerhin ein guter Name. So, jetzt brauche ich einen Schmied. Ja, meine Sachen, du wirst sie nicht... wie er knackt. Ja, meine Sachen, du wirst sie nicht... wie er knackt. Da kann ich doch klappen. Ja. Da kann ich doch klappen. Ja, lebt euch jeder. Das macht ihr. Neutronel. Ja, es gibt eine Zeit, die ablaufen muss. Weil du jetzt nicht... Jedes Mal verlängert sich, bis auf 2 Minuten. Ach so. Ach so. So lange halt noch nie warten, ist eigentlich so oft gestorben. Nicht so oft hintereinander, ja, ja. Ich wollte ja halt unbedingt den Geier killen. Guck, ich versuche mal zu heilen und... Ihr macht mal Kills. Ist eh erledigt. Ach so. Brauch jetzt den Schmied. Beziehungsweise da hinten die Händler, die reparieren doch auch, ne? Hm, weiß ich nicht. So, wir werden mal gucken. So, Händler. Da ist er doch. Kann direkt mal alles reparieren. Ja, da kann ich auch mal nehmen, aber... Ich habe nämlich nie darauf geachtet. Das kann ich für euch tun. Nee. Alles reparieren, danke. Hm, ich habe den hier. Kannst du... Der A den hier, ja. Wo das... Schmiedesymbol. So. Langbogen. Nein. Distanz. Warum kann ich nicht kaufen? Kann man irgendwas verkaufen? Gute Idee. Ja. So, ab in den Kauberbuch. Oh, guten Umhang, heike. Das ist so von... Die kann ich anlegen. Denf. Kann man auch noch aufmachen. Leder. Gewürze zum Kochen. Ah, die brauche ich doch zum... Oh. Oh. Verdammt. Die Quest. Ich darf sie doch machen. Benutze den Rüstungs... Na, jetzt habe ich es natürlich verkauft. Aha. Ach, der ist doof, diese Quest. Braucht jemand Ausdauer? Ich kann das nicht benutzen. Ausdauer? Eigentlich nicht. Gestärkt. Hm. Ich kann das nicht anlegen. Weil, beides Krieger. Theoretisch. Ich kaufe und handle. Ich weiß gar nicht, ob wir so... Hm. Egal. Ja. Hm. Bogen. Danke. Man sieht sich. Jupp. Kann ich noch mal probieren? Ach, da ist er wieder. Bist du wieder ein Dicker? Hm. Level 16. Na ja. Ja, dann geht er hin. Los. Brauchen er Wut. Nicht genug Wut. Brauchen er Wut. Nicht genug Wut. Brauchen er 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 Wut. Nicht genug Wut. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Hm. Brauchen er Wut. Ja, dann geht's. Brauchen er Wut. Brauchen er Wut. Ja, dann geht's. Blindkraut. Ist bestimmt vielleicht so. Was ist da hinten? Da ist auch noch ein Geier. 16er aber auch noch. Ja. 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 Ich muss so schlafen. Und jetzt muss er das começar thành. Na ja. Jo macht keinen sinn die dinger darf die noch nicht mal zu looten warum auch immer viel kriegt man nicht 200 8 5 von 12 3 sollte mal gucken was mit den questen hier ist da ist doch noch was mit dem eintopf und das fürchterlich weniger hat mich aufgeweckt kürbisfeld im westen kürbisfeld im westen karte nie ohne seife waschen darüber wollen wir wollen richtung süden immer weiter nach süden weil hier unten links ist die scheiß mine da wollen wir hin gut aber ich habe ja hier noch die ganzen questen ja klar die leiten uns nachher da automatisch hin müssen halt erst die aber jetzt zum beispiel die westfall der westfall eintopf der ist jetzt nicht nur aber das erbstück volksmiliz ich weiß nicht sonst teile doch die quest mal dann haben wir alle dieselben es geht natürlich nur wenn wir nebeneinander stehen also oder ziemlich nah beieinander sind dann haben wir alle dieselben quests und oder geht es nicht weil du vielleicht schon irgendeine quest angenommen hast oder beendet hast lakayo hat diese quest bereits so imperator ist zu weit entfernt ich möchte eigentlich wieder was kochen da jetzt ist das wieder ja doch geht nur so schnell ok super nö ach zu entfernt ach so also grenzen zieht rum ok ok kürbisfeld im westen nach oben volksmiliz kaios nicht für diese quest qualität hm welche keine ahnung welche das jetzt war ich habe ja einfach alle angeklickt die karne teil für eine bist du irgendwie nicht soll ich nicht jetzt warte ist das tomoi nee also erstmal gefällt dem westen da sind wir ja in der nähe so wie ich das sehe genau wer läuft da lakayo die richtung werde ich auch einschlagen oh ich will gucken ob ich hier noch irgendwelche quests habe oder sonstiges steht wo müssen wir jetzt da nicht hin welche quest willst du machen mir schreibt was vom kürbisfeld im westen also da oben das müsste das sein ne das sind die einzigsten felder auf der karte mhm ja hier unten ist das kürbisfeld übrigens ne wo oder welches meinst du jetzt da wo ich gerade hinlaufe sind die einzigen felder die ich sehe ist das richtig ok ne hier unten gibt es auch noch eins aber wir können doch gerne hinlaufen wo ist hier unten ist laut karte das da mhm ganz unten gibt es auch noch eins aber wir können erstmal lass erstmal hin dahin ich weiß nicht welches fest du hast deswegen frage ich gerade hab ich doch eben geteilt die hast du doch auch ja aber welche quest war das du hast sie geteilt aber wir müssen ja nicht das vergessene erbstück ja das ist oben nicht genug wut nicht genug wut nicht genug wut hm 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 Ich meine, das war da drin. Nicht genug Wut. Von hinten kommt noch was. Ich brauche mehr Wut. Ich brauche mehr Wut. Ich brauche mehr Wut. Nicht genug Wut Auch im Erdwuch Achja, die brauchen wir ja auch für die Questen Die andere Weil Tiger Aue brauchst du nicht für die Quest Tiger Aue? Nö Aber die Typen an sich Achso, stimmt Nicht genug Wut Brauche mehr Wut Nicht genug Wut Brauche mehr Wut Nicht genug Wut Brauche mehr Wut Ach, ich brauche ein Ziel Irgendein Strang Oder auch nicht Hier ist nix wählbar Nee Wo ist das Hof Jetzt können wir irgendwie noch komplett nach hinten laufen Ähm Schmuggler müssen wir eh töten Also wenn's im Westen ist Müssen wir ja eigentlich Westen ist hier Ja, frei ist wo Habt ihr die Quest angenommen Ähm Ja Ja, das ist da unten Wir müssen noch mal gucken bei dem kleinen Haus Die Fuzzis brauchen wir eh Brauchen er Wut Nicht genug Wut Nicht genug Wut Brauchen er Wut Nicht genug Wut Ich kann das noch nicht tun Ich brauche mehr Wut Ich brauche mehr Wut Das sind wohl die falschen Die geben keine Tücher mehr Sag doch Doch, ich kann keine Tücher bekommen Die geben nicht immer was Also das sind verschlossene Dinge Scheiße Das sind wohl die falschen Da kommt man hier rein Nicht genug Wut Brauchen er Wut Nicht genug Wut Brauchen er Wut Okay Nicht genug Wut Mehr Wut Ich bin nicht bereit Nicht genug Wut K Brauchen er Wut Also jetzt übertreibt es echt Warte Ich kann das noch nicht tun, nicht genug Wut, auch wenn er Wut, nicht genug Wut, auch wenn er Wut, nicht genug Wut, nicht genug Wut. Reifzahnleber. Ich habe mein Kirschnermesser vorhin verwandert. Jetzt einfach keinen Kommentar. Genau. Die bringen eh nur Lederfetzen, die nix taugen. Na hallo, natürlich bringen die was. Musst du weiter aufleveln. Ja, ja, dann musst du weiter aufleveln. Ja, aber die taugen halt nix. Das Wolfsleder ist das Beste. Genau. Ja, ist so. So, ich weiß nicht, wir können jetzt einmal noch zu Dingen zurücklaufen, ähm, da hinten einmal zur Hütte und dann links, ansonsten weiß ich auch nicht, wo er sein soll oder so. Nicht genug Wut, nicht genug Wut, nicht genug Wut. Sieht so halt so ein. Brauchen er Wut? Nicht genug Blut? Brauchen er Wut? Dann erledigen wir den Team-Quest. Das baut ja aufeinander um. Hier ist noch eine. Das ist nicht genug Blut. Das ist auch nicht genug Blut. Nicht genug Blut. Diese Fähigkeit ist noch nicht möglich. Komm, dann regiert doch mal. Wir nehmen sie alle mit. Einsteller müssen genug Blut. Hm. Wir wollten ja die ganze Zeit das Erbstück eigentlich suchen, ne? Ich glaube, wir müssen wieder komplett zurück zum... Wo wir ganz am Anfang waren. In das Haus. Das war auch eine Erde. Ah, Schmal. Das ist für dich. Kannst du nicht den Looten? Da ist ein Mana-Trank drin. Oh, das ist mal... Hast du die erste Mana-Trank, die ich bekommen. Hm. Wir müssen da hinten glaube ich hin. Ich bin außer Reichweite. Ich kann was nicht tun. Noch nicht bereit. Nicht genug Wut. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Geben wir auch nix. Ja. Hier müssten wir doch richtig sein. Da kommt jemand. Wo? Ach da. Brauchen wir Wut. 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 Ich kann das mit anderen. Nein, aber ich meine, die bescheuerte Uhr war in diesem dämlichen Haus ganz am Anfang. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das mitnehmen. Ich kann das mitnehmen. Das mitnehmen. Ich kann das mitnehmen. Ich kann das mitnehmen. Ja, er blutet. Was blutet kann sterben. Ah. Ist das kein Haus? Ne. Eine Scheune. Seitdem ist das jetzt 15 geworden. Ah ich? Ja. 15. Da ist ja auch noch irgendwas. Ja. Da hinten ist noch ein Hüschen. Ja, wir metzeln wir uns da direkt durch, wa? Ja. Ja. ich kann das noch nicht noch nicht bereit nicht genug wut da waren wir dahinten nicht genug wut nicht genug wut nicht genug wut also ich bin mir echt nicht sicher aber ich meine es war mit in dem ersten haus drin ach nur nicht bereit ok jetzt der kann ja nicht so da kommt noch jemand von wow brauchen wir wut ich kann das noch nicht tun nicht genug wut brauchen wir wut noch nicht bereit ich kann das nicht tun diese Möglichkeit ist doch nicht bereit nicht genug wut ich kann das nicht anfangen ich kann das nicht Vielen Dank.